wer kommt dafür in frage ich habe niemanden mit relevanten skills ich habe ein herbalist ich habe einen administrator das ist halt so die sache ich habe niemanden der das macht ich habe noch ein typ der bonk waffen kann ja neuer workdinger das wäre dann farming related ist das eigentlich nicht metal smith in truwick war der ball carving Und dann bräuchten wir auch demnächst unseren Quartsworkshop, wo wir dann Burng-Quarts den herstellen können. Ja. Auch wenn das nur eine einzige Sache ist. Wobei wir haben Bohnen und Letter. Das heißt wir könnten das hier löschen. Wir haben hier Bohnen und Letter. Ein Master-Bohnen-Carlo, ja. Dann kann ich den auch gerade in Bohnen-Gleather umbenennen. Was sagen denn meine Stocks? Was habe ich denn so an Plans? Und ja, das ist eigentlich alles nach Dings mit... Oh, unsere ersten Plump-Helmets. Oh, Quarry-Bush-Leaves. Haben wir auch noch. Auch schon jede Menge. Oder ich habe die... Oder sind das noch gekaufte? Still und in der Kütze wird immer noch fett hergestellt. Macht das unser Koch überhaupt oder... Ich hoffe, er macht das auch wirklich noch. Wenn nicht, gebe ich erst mal dem Prepare-Find-Meal einen Vorsatz. Oh, der erste Raum ist fertig. Das heißt, ich kann Betten hier schon mal reinstellen. Äh, habe ich nicht geklickt auf... Keep building. So, und Türen. Genau, dasselbe. Dasselbe. Ja, wir haben Runde. Ja, wir haben Runde. Genau, ich habe es nicht gut. Und das ist nicht gut. Und das ist einfach... Ich weiß, dasselbe. Aber da ist ein Bedeutig. Und da ist es ganz genau... Und das ist einfach nicht ganz gut. Wir gehen dann auf die Bedeutig. Und da ist ein Bedeutig. So, mal gucken, Leber. Wenn ich auf Cook gehe, habe ich da noch einen guten Koch? Nö. Und Burr habe ich auch keinen. Schade. So, dich noch in den Crossbow-Trupp reinstecken. Squats, Symbol, Leader. Customized Squats nehmen. Equip-Schedule. Und hier kann ich Equipment. Assign Uniform. Ich habe Geburtszeit. Ich habe ein Mädchen geboren. Et Uniform. Das ist mein Expo. Body wear. New Headwear. New Headwear. The Cap. Trousers. Oh, Saving. Ich glaube, wir haben jetzt das erste Jahr hinter uns. Vorausgesetzt, er speichert. Äh, von mir aus Shields und Buckler und Crossbows. Crossbows und Speere. So. Uniform worn over clothing. Confirm and save uniform. Update Equipment, das bringt auch nicht viel. Also wir brauchen Trinkschläuche auf jeden Fall mal. Und Crossbows sollten wir herstellen. Äh, nochmal. Etuniform. Woodwear. Shields, Buckler. Crossbows und Speer. So, Partial Matches, Exact Matches, Only Partial Matches. So. Weapons haben wir. Ein Iron Crossbow. Und ein Bronze Crossbow. Hm. Shields und Speer. So. 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 Stellen wir mal noch drei Backpacks her. Und. Water Skin und Non-Water Skin. Zwei, zwei, drei, vier Water Skins. Und dann brauchen wir auch noch Quiver. Äh. Leather Buckler, Leather Bag. Leather Arbor wäre auch schon bei die schlecht. Aber wo sind die Quiver? Ah, da. Gucken wir mal kurz. Quivers. Okay. Wir brauchen nur zwei Quiver. Eine Karawane ist mal wieder angekommen. Und wir haben langsam keine Crafts mehr hergestellt. Äh. Äh. Es muss noch mal ein paar Bonecrafts. Bonecrafts. Endlich. Ich. So. Dann weiter Türen hier reinsetzen. Und betten. Und betten. Äh. Pferdetscher. Betten. O, wer ist das? Diplomatie. Lass uns unsere Situation diskutieren. Ja, das machen wir noch. There is much to share. Ja. Was wir halt immer gebrauchen können... ...ist Fleisch. Jack-Fleisch. Von mir aus... ...nicht Krähe. Oh Gott, das ist so viel. Machen wir ruhig Mule. Und Donkey. Okay, und Fisch hätte ich gerne... ...Mod-Turtle und Cave-Fisch. Ich hätte gerne ein paar... ...Zinn-Käfige. Und... ...Digging-Implements. Ach, Pix... ...ähm, brauchen wir nicht. ...Iron-Advents. Wobei, die haben sie eh immer dabei. Metal-Bars. Hätte ich gerne... ...Erst mal Kupfer. Dann. Okay. Large Jams and Ammunition is expected. If we are able to provide some... ...the cover will offer... ...schöner Bonus. Also 199 und 217 Prozent. Eher... ...nächstes Jahr. So... ...Woker requested... ...Depot. Dann... ...brauchen wir... ...Finish Good Bin. ...Leather Armor. So... Na, wir haben noch ein bisschen... ...was hier drin. Wir sollten den aber... ...wieder umswitchen auf... ...Rockcrafts. ...einfach... ...weil... ...Wir... ...Knochen aufheben sollten... ...falls mal wieder ein Strange Wood ist. So, dann traden wir mal noch. Die sollten wir nicht verkaufen. Die ist ja wertvoll. Wobei... ...die nicht. Das ist da... ...das Ding da unten. Das hier da ist... ...Water Skins und Backpacks. Die sollten auch nicht verkauft werden. Das kann verkauft werden. ... ...Trikes Zepter. ...Trikes Earrings. Und das finde ich jetzt nicht so toll, dass da... ...verschiedene Sachen drin gelagert werden. Das will ich auch nicht verkaufen. Das will ich auch nicht verkaufen. Fox-Leader-Schuhe will ich auch nicht verkaufen. Aber... ...die Sachen hier... ...die werfe ich noch in den Pott. Dann gucken wir mal. ...Ivan Bars. Die nehmen wir mal gleich. Glas... ...Fire Clay brauchen wir alles nicht erstmal. Water Skin... ...Dwarfene Elbevel. Crossbow nehme ich eigentlich auch gerne mal. ...Ivan Shield... ...Nee. ...Bags. So eine leere Pigtail-Bag nehmen wir mal. Leder braucht man nicht und so Zeug gerade. ...Bolzen, die stellen wir erstmal selber her. ...Ivan Einwill... ...Können wir jetzt einen nehmen, aber nein, ich brauche Essen. Ja, Cave Fish und Pond Turtle, die nehme ich beide immer gerne. Auch ein paar Cave Lobsters. Plump Helmets bauen wir gerade im großen Stil an. 어... ...Nee. Und... ...Nee. Das war's eigentlich im großen und ganzen... ...Nee. Käse bauen wir gerade keinen. ...Nee. Trade. Thank you for your business, gut. Das ist wieder weg, gut. Oh, da liegen jetzt Einzelzeile jetzt da rum. Hä, habe ich... Ich brauche mehr Bins. Ich höre mir gerade so auf. Aber es ist mir leider wieder Zeit zu speichern. Also, save return to title. Save. Und dann gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich. Oh, das ist alles. Vielen Dank.